Kapitel 1 Dieses Jahr war die Regenzeit gut, die Niederschläge ausgiebig gewesen. Und doch blieb die Ernte schlecht, weil es an gutem Saatgut fehlte. Der Staat hatte beschlossen, den Erdnussanbau ganz einfach zugrunde zu richten. Die staatlichen Saatgutgesellschaft war abgeschafft, die Vorräte an ausgewählten Sorten aufgelöst und schlechte Saaten an die Bauern verteilt wurden. Selbstverständlich war der Ertrag der Felder dadurch drastisch gesunken und überall waren weniger Erdnüsse als Stroh geerntet worden, die nur als Tierfutter zu verwenden war. Seitdem sich der Staat zurückgezogen hatte, war die Vermarktung der beiden letzten Ernten durch ein neues System ersetzt worden und hatte mit vier Monaten Verspätung begonnen. Anmerkung des Autors Ein System, bei dem die Bauern selbst ihre Ernte auf eigene Kosten vom Feld in die mit dem Ankauf beauftragte Fabrik transportierten, im Unterschied zum vorherigen System, bei dem der Staat diese Kosten übernahm, und die Bauern auf ihren Feldern aufsuchte, um die Ernte zu kaufen. Die Unternehmen, die die Ernte aufkaufen sollten und zumeist aus korrupten Geschäftsleuten bestanden, hatten statt Geld Bors ausgegeben, aber immer noch nicht eingelöst. Wegen der diesjährigen Erdnuss-Missernte waren die Bauern, die schon davor in größter Armut gelebt hatten, nun wirklich vom Elend bedroht. Und nur durch die Geldsendungen der nach Europa ausgewanderten Verwandten konnte es abgewendet werden. Das galt auch für die aus vier Dörfern bestehende Landgemeinde Yassara. Was wäre aus Yassara geworden ohne die jungen Leute, die auf der anderen Seite des Meeres arbeiteten? Neben den großen Geldbeträgen, die sie regelmäßig sandten, hatten sie Schulen und Krankenstationen gebaut, mit Pumpen ausgestattete Trinkwasserbrunnen gegraben und sogar für Telefonanschlüsse gesorgt. Angesichts der bedrohlichen Lage, hatten sich die Dorfältesten nach dem Freitagsgebet unter dem Palawa-Baum versammelt und beschlossen, sich noch einmal an die Jugendlichen, die im Busch lebten, zu wenden. Anmerkung, in Afrika befindet man sich, wenn man sich außerhalb der eigenen Siedlung aufhält, egal wo, auch wenn es sich um eine Großstadt handelt, immer im Busch. Um die 400.000 CFA-Fran, etwa 600 Euro, kostete es, mit einer Piroge nach Europa zu fahren. Die Felder warfen nichts mehr ab und die Jungen in den Dörfern waren ohne Hoffnung. Man musste ihnen nur das Reisegeld schicken. Jedes der vier Dörfer der Gemeinde sollte in einem gerechten Verfahren zehn junge Leute auswählen. Alle sollten einen Vorteil aus dieser Aktion haben. Denn je mehr von ihnen in Europa arbeiteten, desto besser würden sie sich um ihre im Heimatland zurückgebliebenen Verwandten kümmern können. Der Imam der großen Moschee hatte das alles telefonisch dem in Italien lebenden Vereinspräsidenten, den nach Europa emigrierten Landbewohner, erklärt. Dieser hatte sich eine einwöchige Bedenkzeit ausgebeten, um die in verschiedenen europäischen Ländern lebenden Kollegen anderer Vereine zu Rate zu ziehen. Vor zwei Tagen hatten sie die Antwort erhalten. Sie war positiv. Die 16 Millionen Francs für die Reise von 40 Jugendlichen, von denen wie vereinbart jeweils zehn aus jedem der vier Dörfer stammten, waren über die Zweigstelle der Western Union in Barcl an den Imam geschickt worden. Zwei Tage später betete der Karamoko, ein geistlicher Dorflehrer, für die 40 jungen Dorfbewohner, gab ihnen Amulette, sogenannte Grigris, die sie bei der Abfahrt der Piroge anlegen sollten, und ein Lkw, der Waren nach Saraya transportiert hatte und leer nach Dakar zurückfuhr, nahmen sie mit nach Rufisk. Sie sollten bei Malang Diaby, dem Bruder des Imam, der seit seiner frühesten Jugend in der Stadt wohnte, untergebracht werden. Mehr als 20 Jahre lang war er als Arbeiter im Zementwerk beschäftigt gewesen. Jetzt war er in Pension und lebte mit seiner Familie in seinem eigenen Haus im Arafat-Viertel. Malang, der telefonisch verständigt worden war, erwartete die jungen Dorfbewohner und hatte versprochen, ihnen zu helfen, ein Boot zu den Kanarischen Inseln, dem Tor nach Europa, aufzutreiben.